ZEUGE HANS SPIEKER Zeuge Hans Spieker, Schriftsetzer, 56 Jahre alt, 92. Verhandlungstag, 24.09.1964 Herr Spieker, Sie heißen mit Vornamen. Hans. Hans, wie alt sind Sie? 56 Jahre. 56 Jahre alt, von Beruf, Schriftsetzer, Wohnhaft in Berlin. Sind Sie verheiratet? Jawohl, wieder verheiratet. Und mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwächtet? Nein, nein. Herr Spieker, Sie sind ebenfalls von der Gestapo verhaftet worden, und zwar in Berlin. In Berlin, meine letzte Wohnung zu dieser Zeit war in der Elisabethstraße, 26. Wissen Sie noch, wann das war? Es war Anfang Februar 1943. Anfang Februar 1943. Und mit Ihnen zusammen verhaftet worden ist? Meine Frau. Ihre Frau. Und Sie sind verhaftet worden, aus welchen Gründen, oder was hat man Ihnen gesagt? Als Juden. Ja, also nicht aus politischen Gründen, sondern als Juden. Als Juden. Sie sind nach Ihrer Verhaftung zunächst in einen Sammellager gekommen? Große Hamburger Straße, ja. Und wie lange waren Sie ungefähr dort? Das können ungefähr zwei Wochen etwa. Also einige Wochen? Zwei, drei Wochen? Zwei, höchstens zwei Wochen. Höchstens zwei Wochen. Gewesen sein. Und Sie sind dann wohin gekommen? Wir sind dann verladen worden und fuhren mit einem großen Sammeltransport, landeten, was uns vorher nicht bekannt war, in Birkenau. Ja. Herr Zeuge, waren in diesem Transport nur Juden? Nur Juden, soweit mir bekannt ist. Soweit Ihnen bekannt ist. Wissen Sie ungefähr, ich meine, Sie können die genauen Zahlen natürlich nicht wissen, aber ungefähr, wie viele Menschen das gewesen sein können? Ja, also später sprach man oft davon, dass dieser Transport über 1.000 Menschen waren. Über 1.000 Menschen. Einschließlich Kinder. Ja. Als Sie in Birkenau ankamen, wo sind Sie da ausgeladen worden? Soweit ich es in Erinnerung habe, waren wir fuhren, also wenn ich es mal sagen kann, in Fahrtrichtung stockte der Zug. Ja, es war vor uns ein, es hatte den Eindruck eines irgendwie unfertigen, etwas primitiv gewalzen Bahndammes, aber ohne erhebliche Erhöhung, soweit habe ich das wahrnehmen können. Viel sehen konnte man nicht. Es war ein furchtbares Durcheinander. Durcheinander, ja, das kann ich mir denken. Nun, Herr Zeuge, etwas können Sie uns vielleicht noch sagen. War diese Ausladestelle vor dem Lager Birkenau oder in dem Lager Birkenau? Ich nahm wahr, als der Zug sich noch bewegte, bevor er endgültig hielt, ja, ja, für die letzte Zeit ziemlich verhalten, dass wir an riesengroßem Gelände vorbeifuhren, wo wir auch erstmalig sahen, Häftlinge in, äh, hier Streifterkleidung. Unterkleidung, wo wir selbst anhielten, muss außerhalb des Lagers gewesen sein, denn wir wurden ja später durch das Lagertour hereingeführt. Das wollte ich wissen. Ja. Also Sie sind vor dem Lager ausgeladen worden? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das war etwa im Februar noch? Ende Februar 1943. 1943. Nachdem Sie ausgeladen waren, wer hat Ihnen die Türen aufgemacht von dem Waggon? Wissen Sie das? Das kann ich nicht sagen. Ich befand mich in diesem Augenblick nicht an der, äh, hier öffneten Tür, also an der Tür, worauf sie schliegen wurde. Wir waren auch ziemlich gerammelt voll. Es war also ein fürchterliches Durcheinander. Es wurde alles herausgejagt. Ich wollte im letzten Moment... Wer hat Sie denn herausgejagt? Das nahm ich wahr, das war SS. War SS? Das war SS. Das haben Sie gesehen? Aber ja. Wir fragen Sie deshalb, weil verschiedene Zeugen uns gesagt haben, dass da ein Häftlingskommando bestanden hätte, was die Leute herausgejagt haben. Bei Ihnen war es SS? Ich sah Häftlinge nachher, als wir schon in der Gruppe zusammenstanden, die sich mit dem Jepäck beschäftigten. Haben Sie von diesen SS-Leuten später mal wieder einen erkannt? Ja. Wen denn? Ja. Also dann kann ich sagen... Ich meine auf der Rampe jetzt? Auf der Rampe, wo meine Frau von mir fortgetrieben wurde und ich noch zu ihr nachher hin wollte. Ich wurde nach links rübergejagt und sah, dass auf der rechten Seite eine größere Gruppe stand. Also da waren die Frauen alte Kinder. Es waren auch Kinder, die bei mir mit im Wagen waren, dabei. Ich wollte noch, weil ich noch eine Tasche hatte, die mir dann aber unmittelbar danach auch aus der Hand gerissen wurde, bin ich rübergegangen zu meiner Frau. Ich hatte, ich weiß nicht, was mich da bewog, Abschied oder irgendetwas. Wir hatten ja keine Vorstellung, was mit uns geschehen sollte. Als ich rüberging, wurde ich von jemandem zurückgestuckt zu der kleineren Gruppe, die sich auf der linken Seite, an der Seite, wo unser Zug noch stand, ja, da war eine kleinere Gruppe, zu der ich vorher schon einmal hingeschickt wurde. Und bin da sogar also ein bisschen, ich möchte Marjolinde sagen, sehr unsanft. Hat angefasst worden? Ja. Auch mit Fußtritten bedacht worden, das war aber da wie später. Herr Zeuge, wer hat denn angeordnet, dass die kleinere und die größere Gruppe sich bildete? Wer das angeordnet hat, entschuldigen Sie, das ist mir nicht bekannt. Ich habe so viel aber fest wahrgenommen, als ich aus dem Wagen sprang, dass mehrere SS-Leute, höhere Chargen auch dabei, mich links rüber jagten und fast alle Älteren, alle Kinder und die Frauen nach rechts zu dem Groh hin jagten. Nein. Also wer das im Einzelnen gewesen ist, wissen Sie nicht und Namen können... Ja, ich kann einen genau sagen. Nehme ich welchen. Denn den sah ich einige Zeit später wieder und ich erfuhr den Namen Mulga. Würden Sie uns einmal die Person dieses Angeklagten näher schildern? Ja, es war eine Situation, Herr Vorsitzender, in der ich mich da befand, dass man sich einige besonders markante, unangenehm markante Gesichter merkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach dieser Zeit in der Lage bin, aber ich glaube, das war ein unvergesslicher Anblick für mich. Ja, und wie sah der Mann aus? War er klein, war er dick, war er groß, war er hage? Nein, er war weder klein noch dick. Vor allen Dingen das Gesicht, die Physiognomie, die habe ich mir wahrscheinlich gemerkt. Ich nehme an, dass ich sie jetzt noch wieder erkennen könnte. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Es war ein Habichtsgesicht. Ein Habichtsgesicht. Jawohl. Und wissen Sie, ob er in der Uniform eines höheren Offiziers war oder ob er in der Uniform eines Mannschaftsdienstes war? Den Rang als das Bedeuerliche, das kann ich nicht sagen. Nun, aber Sie konnten doch vielleicht unterscheiden, ob Sie überhaupt einen... Ein Offizier war es, ja, ein Offizier war es, auf jeden Fall. Ja, ja. Und was hatte der nun für eine, was spielte der da für eine Rolle? Was hat der da gemacht, dieser Mann, den Sie als Mulca später bezeichnet bekommen haben? Er war daran beteiligt, die Einteilung vorzunehmen. Also links rüber, das heißt links zu der kleinen Gruppe, zu der ich gehörte, rechts mit an dem Gros, wo die Kinder, Frauen und Älteren waren. War das auch derselbe, der Sie zurückgeholt hat? Ja, genau der gleiche auch. Ich machte ein paar Schritte rüber und wurde zurückgezerrt und dort rübergestubt. Ja. Sie kannten damals auch noch die Frau Naftali? Ja, das war eine Frau mit einem Jungen, etwa acht bis höchstens zehn Jahre. Ja. Es waren auch noch mehr Namen, die ich mir da gemerkt habe, das waren alles Berliner. Herbert Batt mit Frau und Kind. Ja. Tischauer, Max mit Frau, mein Schwager, Siegfried war mit bei, Siegfried Samuel, auch nicht wiedergekommen. Auch nicht wieder. War der auch zu dieser Gruppe? Der war mit meiner Gruppe. Mit Ihrer Gruppe? Mit meiner Gruppe, links, ebenfalls Tischauer und Batt, Herbert Batt, Max Tischauer. Ich weiß nicht, vielleicht finden Sie sich Listen an, das ist durchaus denkbar. Das wird meine Aussage wahrscheinlich irgendwie bekräftigen oder bestätigen. Ja. Sie sind dann mit Ihrer Gruppe wohin gegangen? Wir mussten uns formieren, es wurde mehrmals gezählt, man geprügelt, wie das da so landesüblich war. Wir mussten dann den Weg links, also aus der Fahrt, wie soll ich das beschreiben? Wir kamen von der linken Seite so rein, der Zug blieb stehen. Das Gros sammelte sich drüben rechts. Wir mussten dann später links raus marschieren. Ich sah dann noch, als der größte Teil der Gruppe, die rechts stand, zum Teil, alle weiß ich nicht, LKWs geladen wurden. Während dieser Zeit mussten wir links heraus und machten eine Rechtsschwenkung und gingen dann nach mehreren Schritten, das war aber nicht sehr weit, durch ein Tor. Durch ein Tor? Durch ein Tor und damit waren wir in einem Lager. Das machte noch einen unfertigen Eindruck. Ich hörte später, kann es aber nicht genau sagen, ob es wirklich das Zigeunerlager war. Aber es waren unmittelbar nach uns ja auch die ersten Zigeunertransporte angekommen. In meiner Gegenwart wurde die erste Z001-Nummer tätowiert. Auch Holländer kamen kurz nach uns, es war alles zur gleichen Zeit. Als Sie in das Lager kamen, wissen Sie noch, in welchen Teil des Lagers Sie aufgenommen worden sind? Das habe ich mehrmals versucht, mir noch zu rekapitulieren. Aber es ist mir nicht möglich. Ich weiß, dass wir rechts rüber gingen. Es war noch alles, zum Teil wurde an der Lagerstraße, die wir reingingen, noch gebuddelt. Es wurde Graben ausgehoben. Es war ein furchtbar nasslemer Boden. Die Schuhe zog es einen aus. Das ging dort sehr grausam zu. Es waren zum Teil noch Blocks, die unfertig waren. Auch der Lagerteil, in dem ich selbst in Quarantäne lag, war noch unfertig. Hinter uns, das habe ich ewig in Erinnerung, war ein einfacher Drahtzaun, also kein elektrisch geladener. Und da sammelten sich dann auch die ersten Zigeunerfamilien, die noch in der ersten Zeit auf freiem Felde dort hausten. Wie lange, das kann ich leider nicht sagen. Wir wurden dann in unseren Blocks, die ebenfalls noch unfertig waren, wir hatten also weder Stroh noch Holz, Wolle, Decken, nichts, nichts. Wir wurden dann abends immer regelmäßig bis zum Morgenrauen von zusätzlichen Wachposten bewacht, die diese Böcke aufstellten mit den leichten Maschinengewehren, nehme ich an, ich bin da nicht waffenkundig. Sodass also ich daraus schließen konnte, dass dieses Lager wegen dieser besonderen Sicherung noch nicht ganz abgeschlossen war. Ja, könnten Sie uns vielleicht an dieser Karte zeigen, wo Sie dahin gekommen sind? Ich will es versuchen, ja, aber bitte sehen Sie nicht bloß, wenn es nicht gelingt. Also wenn Sie links unten sehen wollen, da ist ein braunes Tor. Links, 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 Herr Zeug, ja. Links, da ist ein braunes Tor. Sind Sie da durchgekommen? Nein, nein, nein. Wir sind ja von hier marschiert, so und so. Es kann aber hier weiter unter gewesen sein. Ja. Wir mussten hier ungefähr gelandet sein. Ja. Und sind dann hier durchgeholt worden. Gingen dann durch dieses Tor. Jawohl. Das heißt, wir gingen gar nicht, wir wurden gejagt, geprügelt. Hier rein und da mussten wir... Moment. Ja, das irritiert mich jetzt. Das irritiert Sie. Also das ist die spätere Ankunftsrampe, das gelbe, was Sie da sehen. Da ist später ein Bahngleis verlegt worden und da wurden später die Transporte ausgeladen. Und oben, ganz am Ende dieser braunen Linie, da sehen Sie zwei rotbraune Gebäude. Das sollen die Krematorien gewesen sein. Na, das waren Sie auch. Ja. Ich selbst bin zwar dort oben nie hingekommen, denn wir waren ja auch während der Quarantäne in unserer, Freiheit kann ich nicht sagen, in unserer Beweglichkeit eingeengt. Ja. Sehr sogar. Können Sie uns sagen, ungefähr wo dieses Quarantänelager war? Ja, es kann hier drüber. Also die Seite ist es gewesen. War es nicht vielleicht links? Die Seite war es. Wissen Sie es nicht mehr. In der Nähe waren auch, das fällt mir eben ein, irgendwie auch noch im Neubau Küchen. Da waren zwei große, oder wenigstens ein großer Küchenblock massiv gebaut. Ja. Hier waren ja Neulzbaracken. Ja. Die Pferdestelle mit dem durchgehenden Termin. Ganz recht, ja. Ja. Also Sie wissen nicht mehr, ob Sie vielleicht in dem B1 waren. Das war also links von dem Tor, was nachher das Frauenlager war. Wie lange sind Sie denn dort geblieben? Wir waren circa drei Wochen und kamen dann ins Stammlager. Und dann ins Stammlager, Auschwitz 1? Ja, ja. Ja. Da war ich dann bis. Na, dann nehmen Sie wieder Platz. Ja. Wie lange sind Sie in Auschwitz geblieben, Herr Zeuge? Ja, bis zur offiziellen Auflösung. Das heißt, wie mir später bekannt wurde, krank geblieben. Es muss die Nacht vom 17. und 18. Januar gewesen sein. Bis da war ich in der Lagerdruckerei. Moment, 17, 18. Januar war 1945? 1945. Wir gingen dann Mauthausen und Elke in sich. Herr Zeuge, kannten Sie den Block Ältesten von dem Quarantäneblock, in den Sie hineingebracht worden sind? Ja, das heißt, Ken ist so viel gesagt. Soweit ich das mitbekam, hatten dort fast alle irgendwelche Spitznamen. Ich habe kennengelernt... Ein Napoleon. Ein Napoleon. Ja. Ein kleiner, dicker Untersetzter, von dem ich auch den Namen Mulker gehört habe, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Sagen Sie bitte, das war der Block Älteste. Das war ein Block Ältester, der neben Block Älteste wurde genannt Schwabbel. Und welchen Winkel hatte denn dieser Block Älteste? Das muss ein BVer gewesen sein. Muss ein BVer gewesen sein. Muss ein BVer gewesen sein. Der Schreiber, kann ich mich erinnern, war ein Wiener, also ein österreichischer jüdischer Häftling mit dem SV-Winkel drin. Es gab ja auch gelb und grün gespitzte, ja. Das war den Namen, weiß ich leider nicht mehr. Das war ein älterer Blockschreiber. Wir sind auch einmal dann verlegt worden in den Nebenblock, da ging es ja noch sehr durcheinander. Ja, nun also, Sie können jedenfalls diesen Mann nicht mehr uns näher identifizieren, wie der Napoleon. Napoleon ist bekannt gewesen in diesem Lager. Nun, dann sind Sie nach wie langer Zeit sind Sie nach Auschwitz gekommen, nach Auschwitz I? Ich glaube, die Quarantänezeit war etwa drei Wochen, nicht länger. Etwa drei Wochen. Nicht länger. Inzwischen sammelten sich sehr viele andere Transporte noch. Und wir wurden dann auf dem Appellplatz, wurden dann, nachdem die Stammhäftlinge, die schon bereits da waren, in die einzelnen Berufe aufgerufen. Ja. Dadurch kam ich als Schriftsetzer in die Lagerdruckerei. Und zwar in Auschwitz I? Im Stammlager, ja. Im Stammlager. Wir hatten draußen die Druckerei, später sind wir dann noch verzogen. Also erst war unsere Druckerei in der SS-Unterkunftskammer, neben dem Casino, auch da war eine Rampe, wo allerdings nur die Güterwagen, Papier, Materialien usw. verladen wurden. Rechts von uns war TWL. Was heißt TWL? Das war wohl Truppenwirtschaftslager, sowas ähnliches. Ich weiß nicht, da durften wir nicht irgendwie viel hin, da war wohl allerhand Material. Aber ich habe auch noch sehr deutlich in Erinnerung, dass etwas weiter hintergelegen, ich will mal sagen, so die Luftlinie vom SS-Casino, wo die SS-Leute essen gingen. Das war ja gleich neben unserer, das war ehemalige Tabakmonopol, dieser alte Baujahr, in dem wir untergebracht waren, wir gehörten als Druckerei anfänglich noch zur SS-Unterkunftskammer. Später waren wir selbstständiges Kommando, bekamen neue Gebäude. Links von uns, etwas weiter hinterliegend, war der alte Theaterbau. Und da wurde ich, das war in den ersten Tagen, als ich allerdings als Schriftsetzer im Kommando war, wurde ich einmal ganz schnell mit hinzugezogen zum Ausladen vom Wagen. Das kam vor und da stand ein Sanitätswagen, so genannter Sanker, vom Theaterbau. Und ich wurde mit dazu getrieben zum Abladen und habe selbst Zyklon B mit abladen müssen. Von wo nach wo? Aus diesem Sanker in den Theaterbau. Und das schwöre ich mit tausend ein. Nun wollen Sie uns vielleicht mal auf der anderen Karte zunächst sagen, wo dieser Theaterbau war. Ganz gerne. Also wenn Sie da sehen wollen, links unten ist ein schwarzer Pfeil, das ist wieder das Eingangstor. Ja, und dann war rechts der Küchenbau. Ja, wir gingen so auf Kommando, das war ja nicht innerhalb des Lagers. Ja. Wir gingen ja raus. Ach, Sie gingen raus. Wo waren Sie denn untergebracht, in welchem Block? Block 23. Würden Sie mal zeigen? Ja. Moment. Das irritiert jetzt hier, weil ich sitze anders. Hier. Wir kamen hier rein, unten Block 24. Ja. Unten war das so genannte Musikersaal. Ja. Ja. Da waren die Musikinstrumente. Ja. Die Kapelle, die auch sonntags aufspielen durfte, in weißer Uniform. Hatte hier ihre Instrumente zu pflegen. Ja. Die probten bei schlechtem Wetter in, sonst standen sie ja rechts, es wurde musiziert. Ja. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Bei jeder Gelegenheit, beim Grünen, das ist egal. So. Hier oben war die erste Zeit noch, 24 A, wurde genannt, Sperlingslust, Kapo-Block. Ja. Später ist Ihnen bekannt, Entschuldigen Sie das, was sich dort oben später ereignete. Die Kapos wurden rausgelegt und man hatte um irgendwie einigen, besonders, also verbunden mit verschiedenen Annehmlichkeiten, zum Teil auch für sich selbst ein Bordell gebaut. Aha. Hier oben. Ja. Das ist uns bereits gesagt. Ich lag hier unten, ist bekannt, ja. Ja. Ich lag hier unten, 23. Mein Block, es ist da, war Roman, ein Pole. Roman. Roman mit R. Roman. Ja. Ein junger, großer Karl, ein fabelhafter Mensch. Wir haben uns sehr gut verstanden. Der Nebenblock, ja, das war, 22 ist eigentlich nicht wichtig. Wir wurden später hier rausgezogen, das war dann aber ungefähr schon letzte halbe Jahr, etwa Herbst 44, wurden auf 16 verlegt. Wo ist 16? Hier drüben. Ja. 16. Unten war der, also hier will ich erst sagen, aus welchem Grunde unsere beiden Blocks geräumt wurden, weil Frauen dort mit zukamen, ich glaube auch als Schuhkommando und andere, um denen den weiten Weg immer nach Birkenau abzunehmen, wurde bei uns geräumt. Es kam hier ein extra Zaun herum. Wir wurden nach 16 verlegt, mein Block Elkester 16, später war Hans Knocke Eicke. Kadoff wird ihn gut in Erinnerung haben. Ja, dann nehmen Sie doch mal bitte wieder hier Platz. Ja, das Theatergebäude wollten Sie noch zeichnen. Achso, da muss ich jetzt aber wieder versuchen. Das ist hier nicht mit drauf. Also wenn Sie... Das ist nicht mit drauf. Nein, das ist nicht drauf, da haben Sie recht. Aber ungefähr in welcher Gegend es gestanden haben muss. Na, es war... Also... Würden Sie uns mal zeigen. Über SS-Cassino. Ja, zeigen Sie uns doch mal bitte. Also links oben, das kleine Weiße, ganz links oben, das ist die Villa von dem Lagerkommandanten Höss gewesen. Die habe ich vom Block aus gesehen. Hier wurde ja auch mitunter musiziert und so weiter, ja. Hier ging ja sonntags die Kapelle vorbei in der weißen, prächtigen Uniform und spielten dann für die anderen auf. Ja. Und wo, in welcher Gegend ungefähr macht das Theatergebäude gewesen? Nein, das muss... Also ich weiß, ich will mich nicht verbirgen, das muss ungefähr hier in dieser Richtung gewesen sein. In dieser Richtung. War es nicht etwas weiter seitlich noch? Naja, also wir gingen hier ein ganzes Stück erst mal. Mussten dann hier rüber. Moment mal. Das Gleis schnitt hier unsere Gebäude, denn wir mussten ja da auch die Papierballen auslassen. Das kann also hier ungefähr in dieser Richtung gewesen sein. Und das war das Theatergebäude, das war Ihrer Druckerei gegenüber? Nein, es war halb rechts rüber. Halb rechts rüber. Es war dazwischen noch ein bisschen so wirres Gelände. Können Sie uns Ihr Gebäude zeichen, wo Sie drin gearbeitet haben? Oder ist das auch nicht drauf? Das ist nicht mit drauf. Das war das alte Tabak-Monopol, die heute. Ja, gut. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Also Sie wurden herausgerufen, haben Sie gesagt, zum Abladen. Und haben aus dem Sanger heraus Büchsen mit Zyklon. Was stand denn da drauf auf diesen Büchsen? Ich habe zuerst gar keine Ahnung gehabt, was das war. Das waren einige in Karton gepackt. Also in Karton. Ja. Wir wurden getrieben, weil der Fahrer es wohl eilig hatte oder ich weiß nicht, was der Anlass war, warum wir uns... Das musste ja alles in Eile gemacht werden. Und der Vorarbeiter Schlesinger. Er ist dort in der Gegend zu Hause gewesen. Ein Vater mit zwei Söhnen. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist. Der war... Also dem unterstand ich jetzt zur Zeit dieses Abladens. An sich hörte ich ja gar nicht dazu. Und der rief mir dann noch zu, mach bloß schnell das Zeug, was du da in der Hand hast. Das ist das, woran deine Frau und alle kaputt gegangen sind. Und ich sah dann aber auch noch offene Kartons mit runden Büchsen. Wobei ich beim besten Willen, ich habe überlegt, nicht mehr sagen kann, ob es Metall oder anderes Material war. Es waren runde Büchsen, ungefähr aussehend wie Konserven. Wenn ich nicht irre, vielleicht etwas größer. Und es war auch etikettiert. Ich weiß nicht mehr, es war auch ein Totenkopf sogar erkennbar darauf. Aber was auf dem Etikett draufstand... Das kann ich nicht mehr. Da müsste ich irgendetwas konstruieren und das möchte ich nicht. Aber ich weiß ganz genau, es war Zyklon B. Das war dann nachher auch Lagergespräch. Es wurde im Sanker befördert. Ich habe es ausgeladen. Wissen Sie noch, welche SS-Leute diesen Sanker befördert haben und gefahren sind? Das ist mir leider nicht möglich. Die kannten Sie nicht, das ist ja auch klar. Nun, weiter, Herr Zeuge. Sie haben uns vorhin erzählt von diesem Mann, der auf der Rampe Dienst getan hat und den Sie als den Adjutanten Mulca bezeichnet haben. Wer hat Ihnen das gesagt? Als Herr Adjutant war, das war mir nicht bekannt, aber Mulca. 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 Den Namen hörte ich von Napoleon. Ich war damals, das war gleich zu Anfang, war noch im Besitz von Zigaretten. Ja. Ja, sonst an sich, da lässt sich ja so ein Block ältest dann nicht mit uns ein. Die wir ja als Neuzugänge, wir waren ja für die auch nichts. Ja, aber ich habe mir ein Herz gefasst und habe gehört im Gespräch und bin dann noch zu ihm gegangen. Er hatte noch seine Bemerkung, hat die Zigaretten und alles, wärt ihr sowieso los. Ja, es wurde auch mehrmals gefilzt. Und habe ihn nochmals gefragt, wer war der, der da eben gekommen ist oder vorbeiging. Moment, eben gekommen ist, wo gekommen ist? Es waren im Block mehrere, es ging rein und raus. Ja. Es kam dauernd. Einer hat sich bemüßigt gefühlt, eine Begrüßungsansprache zu halten mit entsprechenden Drohungen. Ein anderer, der kam und machte dann irgendwelche Hinweise. Die Papiere wurden uns abgenommen, die wurden, soweit ich es noch in Erinnerung habe, alle verbrannt an Ort und Stelle. Die Ringe wurden abgezogen, wer nicht schnell genug einen Trauring abbekam mit der Kneifzange. Es musste alles. Also, ich will damit sagen, es war ein Durcheinander, ein Kommen und Gehen, teils vor dem Block, teils im Block. Und dabei sah ich auch ebenfalls wieder dieses markante, will ich mal ausnahmsweise sagen, Gesicht. Und fragte den Napoleon nochmal, wer war denn das? Das ist Mulker. Der Name Mulker ist mir im Gedächtnis geblieben. Wir haben in Berlin eine Mulackstraße, das ist nicht sehr, also ein bisschen anrischig. Das war also in Birkenau? Das war in Birkenau. Ja. Welche Nummer hatten Sie, Herr Zeuge? Ich habe 103 926. Ja. Herr Zeuge, vielleicht können Sie sich einmal umsehen, ob Sie diesen Mann hier wiedererkennen würden. Haben Sie inzwischen Bilder gesehen von diesem Prozess? Nein, das ist mir nicht in Erinnerung. Ich habe mal im Fernsehen bei uns, es waren aber sehr, sehr schwache Wiedergaben, also da kann ich nichts sagen. Ja. Und von der Polizei oder so, wo haben Sie nie Bilder vorgelegt? Nein, es ist mir nichts vorgelegt worden. Wollten Sie noch etwas sagen, Herr Schösser? Ich möchte anregen, wenn eine solche Gegenüberstellung gemacht werden soll, dass diejenigen Angeklagten, die heute behaupten, damals keine Brille getragen zu haben, die Brille absetzen. Wissen Sie, ob der Betreffende eine Brille getragen hat? Das kann ich nicht genau sagen. Also ich muss sagen, bei mir das Markanteste war irgendwie der Gesichtsausdruck mit einer sehr gebogenen Nase. Würden Sie mal so machen. Ich bitte die Angeklagten einmal aufzustehen. Bitte wenden Sie sich mal hin und sehen Sie es sich mal an. Sie können ruhig hingehen. Ich bitte die Angeklagten einmal aufzustehen. Welche Nummer hat er dabei? Welche Nummer steht unter ihm? Zwo. Dann bitte nehmen Sie wieder Platz. Darf ich, Herr Zeihung? Ja. Vielleicht darf ich noch jemanden. Ja. Bitte schön. Gott, Gott. Gut. Gott. Ich schlage vier, acht. Nein. Nein? Nein. Ja, danke schön. Herr Zeuge, Sie haben eben den Namen Schlage genannt. Wie kommen Sie auf diesen Namen? Da ist etwas, das will ich Ihnen von vornherein sagen, da bin ich etwas unsicher. Ja, ich habe, das heißt, es ist jetzt etwas weiter dann zurückliegend gewesen, das heißt also vorgegriffen vielleicht von meinem Aufenthalt im Stammlager. Ich wurde einmal gerufen über den Blockschreiber von Elf, Rolf Huth, war Blockschreiber in Elf im Bunker, wurde von dem geholt und wurde dem dortigen, na wie soll ich sagen, es war ein Unterscharführer, weiß aber leider nicht, war es Schlage oder sein Ablöser. Für den habe ich, na, ein bisschen mal sagen, gewaltigem Druck und für mich mit großem Risiko fälschen müssen. Ich habe mich dort als Fälscher betätigen müssen. Und was sollten Sie fälschen? Ja, ich habe für ihn Marke Tendermarken drucken müssen. Marke Tendermarken? Marke Tendermarken und zwar elf bis, nee, 14 bis 17 Stück. Mit diesen Marken war er in der Lage, sich zusätzlich Schnaps, Zigaretten, Schokolade und so weiter zu holen. Das bekamen die SS-Leute. Die sogenannten Bonds? Ja, ja, es war so immer eine Karte mit ringsum Abschnitten und das hat ja da auch jeder versucht, wo er blieb. Und ich wurde so ein bisschen sehr unter Druck gesetzt mit dem Hinweis, ich wüsste ja wohl, wo ich jetzt in Elf bin. Und es würde doch ganz gut sein, sich mit diesen Leuten gut zu stehen. Und ich habe, nachdem ich mit Kameraden darüber gesprochen habe, das heißt abgesprochen, jawohl, ich mache das. Denn ich konnte mit dem, was ich dafür bekam, jawohl, ich habe auch dafür was bekommen, ja, aber nicht den angebotenen Schnaps, darauf legte ich keinen Wert, der dort als Valuta wohl galt, aber nicht bei mir, habe ich mehrmals mir geholt, zusätzlich Margarine, Brot, Wurst, Zigaretten, die zum Teil über andere Leute, mit denen ich ein sehr gutes Einvernehmen hatte, die die Möglichkeit hatten, in den Frauenblock 10 zu gelangen, habe ich dort Lebensmittel und Zigaretten reinbringen lassen. Das ist die eine Sache aus der Tätigkeit meiner Druckerei. Aber ich habe dort auch eine Arbeit verrichtet, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Sehr gern. Das war im Sommer 1944. Ich wurde mit noch ein paar Kameraden kommandiert, das heißt, wir durften länger bleiben und wir haben Kranzschleifen drucken dürfen. Und das habe ich mit einer großen, sagen wir es hier, großen Wonne und Freude und Begeisterung gemacht. Das war jetzt bei einem angekommenen Transport jüdischer Häftlinge aus, ich glaube, Italien. Da war eine Frau dabei, die einem Offizier die Pistole wegnahm und einige den Lohn für den Empfang bezahlt hatte. Dafür durfte ich Kranzschleifen drucken. Und die Arbeit hat mir Freude gemacht. Sagen Sie, Herr Zeuge, wann war das gewesen, wie Sie damals diese Bons gedruckt haben? Das doch. Also es muss schon im Jahre 1944, nein, wir waren noch in der alten Druckerei, das weiß ich. Wir waren noch in der alten Druckerei vor dem Umzug in das neue Gebäude. Wann sind wir umgezogen? 1943 zu 1944. Das ist es eben. Wir haben kein Tagebuch finden können. Es kann vor 1943, also um die Jahreswende 1943, also um die Jahreswende 1943. Es war vor unserem Umzug, es war noch in der alten Druckerei, da hatte ich. Herr Zeuge, wenn ich Ihnen jetzt hier zwei Bilder zeige, dann ist das natürlich sehr gefährlich, aber ich möchte es trotzdem tun. Und Sie bitten mir zu sagen, ob Sie den Mann kennen, der da drauf abgebildet ist. Das ist Mulker. Haben Sie ihn so in Erinnerung? So in Erinnerung. Wenn ich nicht irre, hatte er einen Mantel an. Na ja, das ist ja möglich, war ja Februar schließlich, als Sie ankamen. Bitte schön. Also das können Sie beschwören, dass dieser Mann auf der Rampe war, dass dieser Mann Sie sogar noch zurückgeschoben hat, als Sie zu Ihrer Frau kommen wollten, oder zurückgeprügelt hat. Ja. Und dass dieser Mann auch verantwortlich war dafür, wer zu dieser Gruppe und wer zu der anderen Gruppe geht. Halt, das, Herr Vorsitzender, das kann ich nicht sagen, ob er die Verantwortung trug. Ja. Das, da habe ich keine Übersicht. Aber der eingeteilte. Aber er war aktiv daran beteiligt. Ja. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Es sind von Seiten des Gerichts noch Fragen zu stellen. Herr Spiegel, Sie nannten vorhin den Namen Roman. Ja. Wissen Sie, was aus ihm geworden ist? Leider nicht. Wie lange war er mit Ihnen zusammen, als Ihr Block-Ältester? Bis wir aus dem Block raus mussten. Das heißt, bis wir die Blocks für die Frauen freimachten. Also das war zwischen 1943 und 1944? Nein, nein, das war schon Ende 1944. Ende 1944? Ende 1944. Der Schreiber war ein jüngerer... War mein Pole. War ein Pole. Polen. Der Schreiber war Staschek. Ja. Und der Block-Älteste, wenn ich seinen Zunahmen wüsste, ein Prachtkerl gewesen. Er hieß mit Vornamen Roman. Roman. Ein junger Mensch, noch aber eine... Ja. Wir sagen bei uns ein Packer, ja, ein prächtiger Kerl. Ja. Verzeihung. Ich weiß auch noch, der Block-Älteste von nebenan, von 22, und der muss noch leben, denn den traf ich einmal in Berlin. Da hatte er einen kriminellen Winkel, und mein Roman nicht hat einen politischen Winkel getragen. Das war der Willi, ach Gott, der sich da als Akrobat noch immer betätigt hat, da mit seiner tanzenden Puppe und so, der da so ein bisschen für Feet sorgte. Dieser Willi, ich komme noch im Laufe... Ach Gott, ach Gott. Ich komme auf den Namen. Der dürfte vielleicht, da ich weiß, dass er am Leben sein muss, dürfte den Namen des Roman wissen. Ja, das ist ein anderer Roman, den wir gemeint haben eben. Herr Staatsanwalt, haben Sie noch eine Frage? Herr Spieger, ich habe nur noch eine Frage an Sie, und möchte Sie bitten, da Ihr Gedächtnis doch mal ganz klar anzustrengen. Was hat der Mulca getan in der Baracke oder vor der Baracke, als der Napoleon Ihnen sagte, das ist der Mulca? Ich sagte schon, es sind mehrere da gewesen. Teils haben Sie Reden gehalten, teils nicht. Es waren ruhig. Ich kann das jetzt beim besten Willen nicht sagen, ob ihr einer von denen war, die ebenfalls da so eine Begrüßungsrede hielten. Aber auf jeden Fall war er in der Baracke. Ich habe ihn gesehen und habe von Napoleon den Namen Mulca gehört. Ja, und doch noch eine weitere Frage, Herr Spieger. Hat der Napoleon Ihnen gesagt, das ist der Mulca, als er noch da ging oder als er schon weg war, der Mulca? Verstehen Sie? Moment, ja. Das war unmittelbar danach. Unmittelbar danach? Unmittelbar danach. Da fasste ich mir ein Herz, gab ihm meine letzten Zigaretten, die ich noch hatte und fragte, wer war das jetzt eben? Wer war das? Ja. Dankeschön, Herr Spieger. Bitte. Herr Zeuge, ich habe vorhin Ihre Nummer nicht mitbekommen. 103.926. Nein? Ja. 103.926. 103.926. Diese Nummer müsste bei dem Transport, der am 20. Februar eingelaufen ist, ausgegeben worden sein. Ich sagte Ende Februar, den Tag wusste ich leider nicht. Ja. Wissen Sie ungefähr, aus eigener Anschauung, aus Berichten von Kameraden, wie viele Männer und wie viele Frauen damals zum Leben ausgesucht wurden und ins Lager kamen? Ja, es hieß etwa 120 Männer. Würden Sie ins Mikrofon bitte sprechen. Auf Verzeihung, ja, bitte schön. Ja, 120 Männer, so wurde immer nachher gesagt. Verbürgen kann ich mich dafür nicht, aber mehr waren wir bestimmt nicht. Von Frauen weiß ich nichts. Ich sah nachher nur, außer der großen Gruppe, unsere Kleine. Von den 120, die wir zuerst waren, sind meines Wissens nach nur noch drei übrig. Und der gesamte Transport hatte schätzungsweise, wie Sie vorhin gesagt haben, über 1.000. Über 1.000. Danke, ich habe keine Frage. Ich habe keine Frage. Herr Dr. Stolling, zwei. Herr Spieger, Sie sagten vorhin, als Sie in den Waggons ankamen, wurden Sie aus den Waggons von SS herausgetrieben. Bei diesem Heraustreiben waren da auch Offiziere beteiligt? Herausgetrieben habe ich nicht gesagt. Wir wurden heraus, also na ja, wir wurden veranlasst, schnellstens die Waggons zu räumen. Ich muss Ihnen fragen, dass Sie vorhin gesagt haben, herausgetrieben, und in Ihrer eidesstattlichen Versicherung, die Sie am 27. Januar 1964 abgegeben haben, haben Sie auch gesagt, bei unserer Ankunft in Auschwitz während der letzten Tage des Februar 1943 wurden wir von der SS aus den Waggons getrieben. Ich möchte dazu folgende Erklärung abgeben. Der Begriff herausgetrieben ist ein allgemein Gebräuchleher. Es soll darunter aber jetzt, ich möchte vorsichtig sein, nicht verstanden sein, dass die SS in die Waggons reinkam und uns rausprügelte. So war das nicht. Man kann auch herausgetrieben werden, durch Aufforderungen, unten durch Rufe, durch Zerren und so weiter. Und so war das. Es kommen wir darauf an, zu wissen, ob dabei auch SS-Offiziere beteiligt waren. Aber ja. Waren beteiligt? Ja. Wodurch unterschieden sich in der Uniform SS-Offiziere von sonstigen Angehörigen der SS? In der Uniform kann ich nichts ohne weiteres sagen. Aber man erkannte es ja an einigen Rangabzeichen, die mir allerdings nicht so geläufig sind. Ja, aber es waren immerhin höhere Rangabzeichen. Man sah ja auch an den Mützen diese sogenannte Zuckerschnur oder wie sie es genannt wurde. Ja. Also es waren schon Unterschiede. Schön. Ich möchte noch mal auf den Vorgang zurückkommen, als Sie in dem Quarantäneblock den angeklagten Mulca, in der Annahme des angeklagten Mulca von dem Napoleon gesagt worden ist. Wenn ich Sie recht verstanden habe, waren mehrere SS-Offiziere zu gleicher Zeit in dem Quarantäneblock, oder nicht? Ich sagte, es ging herein und heraus. Jeder wollte irgendwie versuchen, entweder uns mit einer Predigt die Himmelfahrt zu erleichtern durch ermunternde Hinweise. Andere waren bestrebt, uns darauf hinzuweisen, wir sollen uns ja kein Gold in den Hintern reinstecken, Sie würden es doch finden. Und all solche Dinge. Ich habe nicht gesagt, sie kamen alle zu gleicher Zeit. Ich nehme beinahe an, dass einer vom anderen nichts wusste. Waren das alles? Es ist Offiziere. Andere habe ich nicht gesehen. Andere haben Sie nicht gesehen. Mir fällt, verzeihung, mir fällt auch ein, dass einmal ein Offizier reinkam, der auf dem Kamin, das waren ja diese Mitteldinger, das war immer so eine beliebte Tribüne für Sie, Sie spazierten darauf schaffstübelig herum, um uns damit Eindruck zu machen, und hat einer sogar gefragt, ob einer von den Neuankömmlingen, also von uns, mit Schnapsbrennerei Bescheid weiß, und es war tatsächlich zufällig einer da. Der wurde dann gleich mit herausgeholt. Es wurde ihm aber gesagt, du, wehe, wenn dein Schnaps nicht schmeckt, dann bist du erledigt. Wissen Sie heute noch, was der Angeklagte Mulca gemacht hat, als Sie nachher den Napoleon gefragt haben, wer das sei, wie der Name das betreffend sei? Ich schalte die Frage aufrecht. Ja, also die Frage ist schon einmal gestellt worden von dem Herrn Staatsanwalt Küchler, Herr Eichsenwalt. Herr Rektor, dann darf ich Sie bitten, mir zu sagen, was der Zeug geantwortet hat. Er hat gesagt, dann ist mir es entgangen. Ja, es ist Ihnen entgangen. Sie können sie noch einmal beantworten. Ja, er entfernte sich. Er entfernte sich. Das heißt also, er weiß nichts mehr Konkretes. Sie wissen also nicht, welche dienstliche Obliegenheit er ausgeführt hat. Das wissen Sie nicht. Nein, das wusste er nicht. Haben Sie den angeklagten Mulker später im Stammlager noch einmal gesehen? Also das möchte ich beinahe verneinen. Denn das war ja ein Gesicht, das ich suchte. Während ich ja fast täglich Kadok beispielsweise sah und andere, die ja hier wohl wahrscheinlich, aber an alle kann ich mich leider nicht erinnern. Man wusste ja auch nicht von allen die Namen. Eben, natürlich. Von vielen wusste man. Also Sie können sich nicht darauf erinnern, dass Mulker noch einmal im Stammlager war. Das möchte er, also will ich sehr vorsichtig sein. Ja, da kann es jedenfalls nicht sein. Herr Zeuge, können Sie sich daran erinnern, dass Sie im Januar 1964 vor einem Ostberliner Notar eine eidesstaatliche Erklärung abgegeben haben? Natürlich kann ich mich erinnern, aber nicht vor einem positionalen, sondern bei unserem staatlichen Notariat bei einem Ostberliner Notar habe ich Sie gefragt. Nein, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Herr Direktor, darf ich Sie dann vielleicht bitten, den Zeugen zu veranlassen? Ja, ja. Ist das Ostberlin? Ist das Ostberliner Notariat? Ja, Herr Direktor, ich habe ja an Herrn Kaul nicht gefragt, sondern ich frage den Zeugen. Ja, also. Das wäre erfreulich, wenn Sie es nicht täten. Ja, hier waren Sie bei dem staatlichen Notariat Berlin-Mitte. Jawohl, da war ich. In Berlin C2. Ja, bei dem war ich. Ist es richtig, dass Sie da am 27. Januar 1964 eine eidesstaatliche Erklärung abgegeben haben? An das Datum kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wie kam es zur Abgabe dieser eidesstaatlichen Erklärung? Wieso kamen Sie dazu, vor einem Notar eine eidesstaatliche Erklärung abzugeben? Ich verstehe diese Frage nicht, Herr Vorsitzender. Nun, der Herr Verteidiger will wissen, warum Sie dort überhaupt hingegangen sind, wer Sie dazu veranlasst hat. Auch wer mich dazu veranlasst hat? Ja. Es existiert bei uns ein Komitee. Ja. Wir haben ein Komitee, auch ehemaliger Auschwitz-Häftlinge. Ja. Und es ist selbstverständlich, dass wir auf diesen Moment, das heißt, auf diese Tatsache, dass Sie sich löblicherweise damit befassen, hier ein rechtes Urteil zu finden, dass wir dazu bereit sind, das, was wir wissen, auszusagen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Es ist gewissermaßen, ich will nicht zynisch werden, aber verständlicherweise der Teil der Abstattung meines Dankes für das, was ich dort erlebt habe. Ja. Und ich muss mich bemühen, jetzt hier wirklich noch so einigermaßen Fassung zu behalten. Herr Zeuge, hat Sie, darf ich Sie denn dahin verstehen, dass Sie dieses Komitee veranlasst hat, bei einem Notar in Ostberlin, die eine eidigstattliche Erklärung abzugeben? Das Komitee sind meine Kameraden. Dann muss ich Sie noch direkter fragen. Haben Sie vor Abgabe diese eidigstattlichen Erklärung mit dem hier anwesenden Nebenkläger Dr. Kaul aus Ostberlin gesprochen? Also, Herr Zeuge, Sie wurden gefragt, ob Sie mit dem Herrn Vertreter der Nebenkläger rechts und mal Dr. Kaul vor Abgabe Ihrer notariellen Erklärung gesprochen haben. Das kann ich so nicht sagen, dass wir vorher gesprochen haben, aber es war mir bekannt, dass als Vertreter der Nebenkläger Herr Prof. Dr. Kaul unsere Interessen wahrnehmen wird. Und als ich zu ihm die Frage überziehe ich jetzt, als ich mich ins Büro von Herrn Prof. Dr. Kaul in der Wilhelm-Pik-Straße begab, musste ich hören, dass er gerade den Tag wohl irgendwie woanders beschäftigt war, wie das bei Anwälten ist. Und es wurde dann empfohlen, dass wir auch diese Aussagen bei einem staatlichen Notariat machen können. Und das habe ich getan. Ja, und sind Sie dann zu Herrn Dr. Kaul noch mal gegangen, nach Abgabe Ihrer eidesstattischen Erklärung? Als ich dieses, später bekam ich ja doch diese Durchschrift, die habe ich dann dort hingebracht, mit der Bitte, diese, also meine Interessen wahrzunehmen. Sie sagten, Herr Spieker, später bekamen Sie diese Durchschrift, war das ein paar Tage später oder am selben Tag? Das kann ich nicht mehr genau sagen. Nein, den selben Tag war es nicht. Sind Sie dann am nächsten Tag bei Herrn Dr. Kaul gewesen? Am Tage, als ich diese Nachdurchschrift hatte. Ja, dann muss ich Ihnen vorhalten, dass die Verhandlung vor dem Notar Hans-Otto Koch am 27. Januar 1964 war und dass der Nebenkläger, Vertreter Dr. Kaul mit Schriftsatz vom 28. Januar 1964 bereits diese Urkunde vorgelegt hat. Wenn Sie also diese Urkunde nicht am gleichen Tag mitbekommen haben, dann habe ich am nächsten Tage das hingebracht. Das wird aufgehen. Das wird aufgehen. Das wird aufgehen. Das ist durchaus denkbar. Und Sie schließen aus, dass Sie vor Abgabe dieser notariellen Erklärung, vor Abgabe dieser eidesstattischen Erklärung mit dem Nebenkläger, Vertreter Dr. Kaul gesprochen hatten. Aber ich sagte bereits, ich habe Herrn Prof. Dr. Kaul nicht persönlich angetroffen, habe dort hinterlassen, welchen Zweck mein Besuch galt und bin anschließend dann zum Notariat gegangen. Und es ist dort durchaus in einem ordentlich geführten Anwaltsbüro üblich, dass hier sagt wird, dass sich dort ein Klient, oder wie man das nennt, gemeldet hat. Dann haben Sie Herrn Dr. Kaul am 28. Januar 1994 erstmals kennengelernt. Noch nicht kennengelernt. Prof. Dr. Kaul ist bei uns sehr bekannt. Ja, ist er auch Mitglied dieses Komitees, von dem Sie vorhin sprachen? Die Frage ist so. Oh, die sehr wesentliche Frage. Nun, also an und für sich wäre die Frage ja durchaus nicht. Eben, eben. Und selbst wenn? Sondern in Lichtenburg und in Dachau, das hat mir gereicht. Ich dachte, der Zeuge würde die Frage beantworten, Herr Direktor, aber wenn es nachdem es von dem Herrn Nebenkläger Vertreter vorgesprochen worden ist, brauche ich keine weiteren Fragen mehr zu stellen. Ja. Noch Fragen von Seiten der Angeklagten? Nein. Werden bezüglich der Beeitigung Anträge gestellt? Keine Anträge. Ja. Dann wollen wir jetzt... Verzeihung. Bitte schön. Ja. Ich hatte mir also wirklich nur hier so ein paar Stichworte. Ja. Interessiert es noch, ja, also mehr zu wissen über die Durchführung von Selektionen und so weiter im Lager? Ja, die Hauptsache würde es uns interessieren, wenn Sie uns Namen nennen können. Ja, also ich kann Ihnen sagen, dass Kadok sehr häufig dabei war. Im Lager? Im Lager. Bei Selektionen? Aber ja. Dann schildern Sie uns doch mal, wie die vor sich gegangen sind. Meistens war es dann so, dass nach dem Abendappell, nach dem Zählappell, unvermittelt das Kommando kam in die Lager abrücken, Juden bleiben draußen, also Juden links, dann rechts, je nachdem, das variierte häufig. Dann war allgemeine Lagersperre, Juden blieben draußen, marschierten zur Wäscherei, und zwar mal alte, später dann die neue Wäscherei wohl. Alles ausziehen, nackig, draußen die Sachen auf den Haufen werfen, durchgehen, da waren dann meist mehrere SS-Leute, war dann auch bei der, der, na, hier sagt Klausen, auch Karduk war häufig dabei, und es wurde dann, da war das diese berüchtigt gewordene Methode links, rechts, wobei man ja gar nicht wusste, welche Bewandte es hat links, was ist rechts, sind das noch die tauglichen und das die untauglichen, man wusste überhaupt nichts. Dann kam es vor, dass man noch die ganze Nacht eingesperrt blieb im Waschhaus und noch immer nicht wusste, wird man nun abgeholt und rübergebracht ins Krematorium, das heißt in die Vergasung, oder kommt man wieder zurück in seinen Block. Ich habe auch zweimal im Krankenbau liegen müssen und bin einmal buchstäblich im letzten Moment durch einen Pfleger, das war der, ein kleiner Berliner, Horst Schilling, Horst Schilling, ja, der mich nachts wachmachte und sagte sofort abhauen, er hat gerade was spitzbekommen, es wird selektiert und ich bin dann nachts noch heimlich mit meiner Decke durchs Lager geschlichen, zu mir in den Block rein und tatsächlich fand gleich am nächsten, frühen nächsten Morgen in diesem Krankenbau ebenfalls Selektion statt. Ja, also solche Begebenheiten, die waren ja laufend. Ja, Herr Zeuge, haben Sie auch einmal erlebt, dass Karduk eine Selektion selbstständig geleitet hat, ohne dass jemand dabei war? Ob selbstständig, das will ich nicht sagen, das kann ich nicht sagen, aber dabei war er häufig. Hat er auch ausgesondert, wer nach links oder nach links? Ja, mit dabei, ja, ja. Meistens waren sie irgendwie angetrunken, sichtlich alkoholisiert, ja. Also, ob er selbst die Leute nach links oder nach rechts geschickt hat, wissen Sie das? Das, also, da will ich vorsichtig sein, aber dabei war er. Dabei war er, ja. Ich habe ihn ja oft genug gesehen. Klausen auf jeden Fall, der hatte gestanden und, ja, ja. Ich hätte doch noch eine Frage. Herr Dr. Stolling. Herr Spieger, Sie schilderten vorhin, als der angeklagte Mulker Sie aus der Gruppe, in die Sie rübergelaufen waren, in der sich Ihre Gattin befand, sie zurückgestoßen hat und Sie sagten zunächst, sie unsanft behandelt hat und haben dann hinzugefügt, sie auch mit Fußtritten bedacht hätte. Ja. Habe ich Sie da recht verstanden? Ja. Ja, ja. Herr Spieger, ist denn sonst, ist noch eine Erweiterung dieses unsanft Behandelns Ihnen in Erinnerung? Hat er sonst etwas getan, außer den Fußtritten? Ja, ich wurde zurückgeschlagen, also, das heißt, dort irgendjemand anders riss mir die Tasche weg, das weiß ich noch ganz genau. Also, ich war da wirklich ein bisschen naiv, ich weiß auch nicht. Ich hatte gar keinen Bericht, was überhaupt los war. Ja, ich würde nur interessieren. Die Tasche wurde mir aus der Hand gerissen und ich wollte jetzt rüber zu dem Gros. Ja, ja. Und bin von dort, ja, auf dem halben Wege noch weggerissen worden, rumgestoßen worden, bekam Schlack, irgendwie ein Kreuz oder Genick, das kann ich jetzt nicht so präzis sagen. Und noch, und als ich noch wohl eine Bemerkung dazu machte, da bekam ich den Fußtritt von Mulca. Den Fußtritt von Mulca? Von Mulca. Verzeihung, Herr Spieger, nur den Fußtritt von Mulca oder auch das andere? Auch den, auch das Herumreifen. Auch den Stoß und das Herumreifen. Ja. Und sind Sie dabei auch hingefallen? Nein. Nein. Dann muss ich Ihnen doch noch vorhalten, dass Sie bei Ihrer eidesstattlichen Erklärung Folgendes gesagt haben. Als ich Sie erreicht hatte, nämlich die Gruppe, wurde ich von dem SS-Offizier, der mich bereits von meiner Frau getrennt hatte, zusammengetroschen, mit Fußtritten bearbeitet und wieder in die andere Gruppe zurückgestoßen. Ja. Das ist das eine, was Sie heute auch sagen. An einer weiteren Stelle sagen Sie, ich hatte mir dessen Gesichtszüge insbesondere deshalb genau eingeprägt, weil er mich von meiner Frau getrennt und brutal niedergeschlagen hatte. Aus dem Wort niedergeschlagen hatte, muss man eigentlich zwangsläufig den Schluss ziehen, dass Sie auf der Erde gelegen haben. Na, das will ich nicht unbedingt sagen. Das wollen Sie also nicht aufrechterhalten? Nein, nein. Können Sie sich vorstellen, wie das nun in diese eidesstattliche Erklärung von Ihnen bei dem Notar hineinkam? Ich habe Ihnen das ja aus Ihrer eidesstattlichen Erklärung vorgelesen, die Sie bei dem Ostberliner Notar abgegeben haben. Das wissen Sie nicht mehr, wie das da reinkam. Sie werden mir doch zugeben, es ist ein Unterschied, ob ich getreten und geschlagen werde oder ob diese Behandlung so weit geht, dass ich auch niedergeschlagen werde, brutal niedergeschlagen werde. Dann will ich sagen, dann hätte ich formuliert zu Boden geschlagen. Man kann ja auch niedergeschlagen sein, selig niedergeschlagen und braucht auch nicht wie ein Regenbohr im Rundenlach. Ach, Sie meinen es psychisch. Danke sehr. Nein, ich meine es ganz genauso. Herr Dr. Laternser, Herr Zeuge, wann ist dieses Komitee ehemaliger Häftlinge in Ostberlin gegründet worden? Also es tut mir leid, ich muss doch eine kleine Korrektur. Es belustigt mich, wenn ich Fragen nach Ostberliner Einrichtungen oder Organisationen beantworten kann. Jetzt wollen wir mal, jetzt darauf kommt es mir nicht an. Wann ist dieses Komitee gegründet worden? Das existiert schon sehr lange. Seit wann sind Sie Mitglied dieses Komitees? Wir sind da von uns aus, alle Auschwitzer, wir sind da erfasst. Wir sind erfasst, um auch unter Umständen, was uns in der ersten Zeit sehr nützlich war, auch irgendwelche Elemente aussortieren zu können, die sich später irgendwie darauf berufen wollten, Häftlinge unter den Bedingungen, wie wir waren, irgendwie versucht haben, unterzuschlüpfen. Das war für uns eine sehr, sehr dankbare Lumpensortieranstalt, möchte ich mal sagen, dass wir das entfernen konnten, was ich eingeschleust hatte oder versuchte. Also das Komitee existiert schon sehr lange. Gibt dieses Komitee jetzt Rundschreiben heraus, dass also die Mitglieder informiert werden über den Lauf dieses Prozesses? Das ist mir nicht bekannt. Ich habe keine weiteren Fragen. Wenn keine Fragen mehr sind, muss das Gericht entscheiden über die Beeitigung der bisher vernommenen Zeugen und über diese Fragen wollen Sie die aufrechterhalten, Herr Rechsenwald, Dr. Latternser, wann Herr Hauptmann geworden ist und welche Funktion er jetzt hat? Ich glaube, die letzte Frage, die braucht er nicht zu beantworten. Bei welcher Waffengattung er ist, da habe ich auch Bedenken. Also das hat meines Erachtens keinen großen Sinn. Ich bitte zu entscheiden. Sie bitten zu entscheiden. Herr Vorsitzender, der angeklagte Mulca verweigert seit dem Tag, an dem das Dokument Gegenstand der Hauptverhandlung wurde, dass also sechs Lastkraftwagen für die für die Vergasungstransporter eingesetzt wurden, die Beantwortung der Fragen der Staatsanwaltschaft. Er hat sich bei seiner Begründung auch darauf berufen, dass die Staatsanwaltschaft seine Einlassung als unwahr und den Tatsachen nicht entsprechend bezeichnete. Nun haben wir, und ich möchte im Hinblick auf § 244 der Strafprozessordnung das anregen, Nun haben wir von dem angeklagten Kaduck in der Voruntersuchung und bestätigt in der Hauptverhandlung gehört, dass sich der angeklagte Mulca, auch der angeklagte Mulca, auf der Rampe befunden hat. Wir haben heute von dem Herrn Vertreter der Nebenklage ein Dokument vorgelegt, in dem, dass der angeklagte Mulca nicht etwa für die Richtigkeit oder dergleichen unterzeichnet hat, sondern regelrecht auf Befehl Mulca SS-Hauptsturm, Führer und dass den Betreff hat, erforderliche dringende Fertigstellung sämtlicher Krematoriumsbauten. Ich möchte doch anregen, dass dem angeklagten Mulca in Gegenwart dieses Zeugen Gelegenheit gegeben wird, zumindest dazu Ausführungen zu machen, ob er bereit ist, als SS-Führer derer war, angesichts des Zeugen und angesichts der niedrigeren Chargen, die hier im Saal angeklagt ist, die Wahrheit zu sagen. Herr Staatsmann, Sie beziehen sich auf ein Dokument. Ist das das Dokument, was Sie herausgesucht haben? Nein, das ist das Dokument, was Herr Prof. Dr. Kaul heute Morgen überreicht hat. Betrifft erforderliche dringende Fertigstellung sämtlicher Krematoriumsbauten, das von Mulca unterteilt hat. Ja, also ich habe leider das Dokument nicht da. Herr Dr. Stolling, haben Sie es noch da? Ich hatte es dem Herrn Dr. Eggert gegeben, zur Einsichtnahme. Ah, hier ist es schon. Ja, Herr Mulca, wollen Sie mal hier kommen und wollen... Wo ein derartiger Vorhalt gemacht wird, muss der Verteidigung erst einmal Gelegenheit gegeben werden, zu diesem Dokument in Stellung zu nehmen. Wir haben Sie ja. Ja, das kann aber nicht jetzt geschehen. Wir müssen das erst einmal überprüfen. Ich will doch nur den Angeklagten fragen, ob die Unterschrift von ihm stammt. Da habe ich nichts dagegen, Herr Direktor. Darf ich aber noch etwas sagen? Der Vortrag des Herrn Staatsanwalts Kügler bedarf doch einer kleinen Berichtigung. Es ist nicht richtig, und es würde einen falschen Eindruck erwecken, dass der Angeklagte Mulca irgendwelche Erklärungen zur Sache verweigert hätte, nachdem Dokumente vorgelegt worden seien. Er hat sich erklärt, dass er Fragen der Staatsanwaltschaft nicht mehr beantwortet, nachdem er von Herrn Staatsanwalt Kügler als feige und verlogen und als Führer eines Mordkommandos bezeichnet worden ist. Erst daraufhin hat der Angeklagte Mulca erklärt, dass er sich nicht mehr in der Lage sieht, Fragen der Staatsanwaltschaft zu beantworten. Dieses ist notwendig, dass es richtig gestellt wird. Insoweit war der Vortrag des Herrn Vertreters der Anklagebehörde eben nicht ganz korrekt. Das kann beides richtig sein, Herr Staatsanwaltschaft. Das eine seitlich und das andere motiv. Das eine seitlich ist das andere. Herr Vorsitzender, ich bitte mir Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu nehmen. Das, was jetzt gesagt worden ist, das ist nun absolut unrichtig. Der Angeklagte Mulca hat in der Hauptverhandlung vom 24. Juli dieses Jahres auf eine Frage in sachlicher Beziehung, die ich ihm gestellt habe, geantwortet, als Soldat weiß man das und das. Daraufhin habe ich ihm gesagt, sie sind in Auschwitz nicht Soldat gewesen, sondern waren dort Angehöriger eines uniformierten Mordkommandos. In der Hauptverhandlung vom 3. August 1956 wurde der Zeuge Böck vernommen, der uns sagte, er könne sich erinnern, dass im Sommer, im August 1942, sechs Lastkraftwagen geschaffen worden sind, die ausschließlich für die Vergasungstransporte eingesetzt wurden. Daraufhin habe ich gefragt. Ich habe in diesem Zusammenhang eine Frage an den Angeklagten Mulca, worauf der Angeklagte Mulca aufstand und eine längere Erklärung des Inhalts abgab, dass er Fragen der Staatsanwaltschaft nicht mehr beantwortete, unter anderem auch aus dem Grund, weil ich gesagt hätte, er sei Angehöriger eines uniformierten Mordkommandos gewesen. Erst daraufhin habe ich gesagt, sie waren nicht nur nicht Soldat, sondern sie sind obendrein auch noch verlogen und feig. So ist es gewesen. Jetzt haben wir das also genügend geklärt. Und jetzt soll der Angeklagte Mulca sich einmal diesen Brief hier ansehen, den Sie ja, Herr Rissmann, Dr. Stolting, haben in der Hand. Und zwar, oder er kann sich das auch hier ansehen, eingegangen am 2. Februar 1943 und sagen, ob das seine Unterschrift ist. § 14 KL 1-43 MU-V betrifft erforderliche, dringende Fertigstellung sämtlicher Krematoriumsbauten, Bezug ohne, Anlagen ohne, an die Abteilung 3a SST Sturmbahn, Zentralbauleitung der Waffen-SS in Auschwitz. In folglicher Dringlichkeit der Fertigstellung dieser Bauten hat der Lagerkommandant angeordnet, dass die an diesen Bauten eingesetzten Häftlingskommandos und Posten auch am Sonntag, den 31.01.1943, genau wie Werktags ausrücken, arbeiten und dienst tun. Die Abteilungen sorgen für ordnungsmäßige Durchführung dieser Anordnung. A, B, Mulca, SS, Hauptsturmführer und Adjutant. Haben Sie das unterschrieben? Ja, das ist meine Unterschriftung. Ja, und haben es auch diktiert? Steht im Diktatzeichen MU, vermutlich Mulca. Offenbar ja. Ja, offenbar ja. Mehr wurde nicht gefragt. Herr Staatsmann, oder hatten Sie noch eine weitere Frage? Ich habe die Frage angeregt, ob er nicht bereit ist, die Wahrheit zu sagen, dass das so gewesen ist, dass er auf der Rampe war. Ja, Herr Vorsitzender, darf ich dazu noch mal etwas erklären? Ja, bitte schön. Alle meine Einlassungen entsprechen den Tatsachen und der Wahrheit in diesem gesamten Verfahren bisher. Nun ja. Darf ich darauf erwidern, dass bei der ersten Vernehmung, die stattgefunden hat, der angeklagte Mulca erklärt hat, er wiese von überhaupt keinen Handlungen wie Vergasungen und Tötungen im Lager. Dazu habe ich mich auch schon geäußert. Also, wir werden jetzt entscheiden über die Fragen. Sind Sie auch mit, wie andere Zeugen, mit einem Wagen der Ostberliner Staatsanwaltschaft nach hier verbracht worden? Wir sind gemeinsam gekommen gestern. Gestern so. Und die anderen Zeugen, wo sind die? Ach so, gemeinsam gekommen in was? Mit was für einem? Mit der Bahn. Mit der Bahn. Wir haben die Wagen bei uns. Und als Sie das... Wachen Sie nicht. Und als Sie das erste Mal hierher kamen, oder sind Sie heute zum ersten Mal? Nein, wir waren vorige Woche bereits zweimal auf Wunsch des Herrn Vorsitzenden oder der Justiz hier erschienen, sind aber nicht zur Zeugenvernehmung herangekommen. Und wie sind Sie damals beim ersten Mal hierher gekommen? Ja, da bin ich auch mit einem Wagen gekommen, aber mit einem anderen. Mit einem Wolga. Ach so, nicht mit einem Wagen von der Staatsanwaltschaft in Berlin? Das ist mir nicht bekannt. Und die anderen Zeugen, die vernommen worden waren, sind die gleich... Frage Sie die bitte selbst. Ja, nun, vielleicht wissen Sie das. Sind die dann gleich nach der Vernehmung wieder zurückgebracht worden? Das kann ich Ihnen nicht im Einzelnen beantworten. Na, das... Ich glaube doch schon, wenn Sie hierher gefahren, im Einzelnen, ist ja nur eine einzige Frage. Bitte, Herr Vorsitzender, muss ich... Soll ich diese Fragen beantworten? Ja, also wenn Sie es wissen, können Sie es natürlich sagen. Ich kann Ihnen das nur also unvollständig sagen. Sie sind doch sicher mit den Leuten selbst, oder ich... Doch, das stimmt. Sind Sie nicht so... Nein, nein. Ist ja dann nicht so richtig. Ja, wissen Sie etwas davon, dass vier Zeugen mit einem Wagen der Oberstaatsanwaltschaft in Ostberlin hierher gebracht und nach der Vernehmung sofort wieder zurückgefahren worden sind? Wissen Sie das? Da ist mir nichts bekannt. Nichts bekannt. Herr Direktor, die vernommenen, die am Donnerstag vernommenen Zeugen, Lill, Pogielski und Kühne, sind in meinem Wagen Opel Rekord 1A1752 zurückgefahren, nach Ihrer Vernehmung. Der Zeuge Spicker ist mit mir zusammen am Abend zurückgefahren. Mit dem Wagen 1A0180 4200 und... Damit ist die Frage beantwortet. Keine Fragen sind mehr zu stellen. Die Angeklagten haben keine Fragen mehr zu stellen. Von der Ebenen Die Angeklagten haben keine Fragen mehr zu stellen. Die Angeklagten haben keine Fragen mehr zu stellen. Die Angeklagten haben keine Fragen mehr zu stellen.